Viele Leute, die das Drehbuch gelesen haben, meinen Ben, das bist du, also sollte mein alter Ego sein. Stimmt nicht ganz, es ist eher zusammengewürfelt aus meinen eigenen Erfahrungen und den Erfahrungen von Kollegen. Und neben mir sitzt jetzt Stefan Moser, er wird mein alter Ego sozusagen im Film Ben, der Filmemacher sein. Die Ähnlichkeit ist auch verbannt. Ich wollte schon die Brin. Ja, ich weiß, ich nehme es die Brin. Vielen Dank, dass du dem Projekt mit dabei hast. Ja, gerne. Stellt sich jetzt die Frage, warum? Wir haben uns vorher jetzt ein bisschen unterhalten, du hast das Projekt erklärt, du weißt, es gibt kein Geld dafür. Ja, ja, also dann gehe ich. Nein, also ich, wie man jetzt, weil wir auch recht lange schon darüber diskutiert, was ich spannend finde, ist die Herangehensweise auf einer sehr humoristischen und satirischen Ebene an eine im Prinzip sehr ernste und, um nicht zu sagen, teilweise unappetitliche Materie. Weil das, glaube ich, der direkte Zugang ist, um da ein paar Leute zu erreichen. Also das klingt nach einem Mörderspaß mit einem ernsten, mit einem durchaus ernsten und absolut aktuellen Hintergrund. Wäre ich das jetzt auf Facebook posten, dann würde ich den wieder posten mit dem Hinweis voll getroffen.